Und dann kam ein weiterer Mitarbeiter und hat gesagt, ja, ihr habt ja vorgeschlagen, dass Yannick ein RS3 fahren könnte, wenn er diese Ziele erreicht. Lass uns das doch machen und wir machen das aber mit einem Porsche. Ich habe Bock auf einen Porsche. Also ich würde alles dafür tun, um irgendwann einen Porsche zu fahren. Also Leute, ich hoffe, ich habe im Intro nicht zu viel versprochen. Heute endlich mal Dima bei uns im Podcast am Start. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Vielleicht kannst du aber schon mal kurz für die Zuschauer nochmal erklären, wer du bist und was du eigentlich machst. Ja, wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger. Also damals dachte ich so, okay, was ist das für ein Boy da auf dem Sportplatz, der so Tricks macht. Ich war damals auch so mit der Kamera unterwegs und der Zufall hat uns eigentlich zusammengebracht. Ich bin Dima von Crew10, da ist das Logo. Wir machen jetzt mittlerweile mit einer Agentur Filmproduktion, Fotoproduktion und alles rund um Social Media. Angefangen habe ich damals als Freelancer und ja, jetzt sind wir mit Rob zusammen. Das ist mein Mitgründer. Ja, Agenturleiter würde ich jetzt sagen. Ja, vor allem, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Stichwort. Wir kennen uns zum Glück auch schon ein bisschen länger. Also ich schätze das sehr. Ich habe auch im Intro mal ein bisschen drüber gequatscht. Es ist ja immer entscheidend. Das ist ein dummes Sprichwort, aber man sagt ja, die Freunde, die man sich rumraten, die pushen einen. Und das sind entscheidend. Das sind die Entwicklung. Und wenn man so mal überlegt, wir haben uns damals beim Nike-Dreh, war das glaube ich, kennengelernt. Vielleicht kannst du die Geschichte mal da rauf fahren. Ja, genau. Also das war der erste Nike-Dreh für uns, für Robin und mich. Wir hatten das zu zweit. Das war, ich glaube, 2019 war das. Boah, ja, das könnte hinkommen. Ja, das müsste 2019 gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir da den ersten Nike-Auftrag bekommen. Und das ist so ein Mini-Auftrag gewesen mit einem ganz kleinen Budget. Und Rob und ich so, boah, geil, endlich für Nike arbeiten. Wir waren ja noch nicht mal zu einer GmbH gegründet, sondern beide als Freelancer. Und da mit so einer Brand zusammenzuarbeiten, war halt schon gigantisch. Und deswegen voll euphorisch hingefahren. Das war damals für die, über die Sport 2000, wo du ja auch tätig warst oder immer noch bist. Und dann haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt. Wir haben dich gesehen und dachten so, okay, cooler Typ. Lass uns auf jeden Fall heute was richtig, richtig Geiles machen. Ja, und das war am Ende so der Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ich weiß noch, da war ich auch noch ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener. Deshalb noch umso nervöser. Und dann komme ich da an, ganz allein und sehe so zwei Dudes. Und dann dachte ich, okay, die müssen von Nike sein. Jetzt benimm dich, ich glaube. Und ihr genauso. Ne, wir sind nicht von Nike, aber es sind Leute auch da. Und so hat es sich sehr ergeben. Aber wenn man überlegt, damals war der ein Zwei-Mann-Betrieb. Also wir kommen da gleich mal zur Crew 10, zu der Geschichte. Das ist ja, glaube ich, was da alles passiert ist. Aber für die Zuschauer von meinem Kanal, die kennen dich ja hoffentlich aus den Videos. Wir haben ja auch schon einige Projekte zusammen gemacht. Genau. Also mein Highlight, sage ich schon mal direkt vorweg, war, glaube ich, der Dodi-Luke-Bakio-Dreh, wo wir in Berlin zusammen waren. Ich weiß nicht, wie bei dir das war. Es gab ja schon einige coole Drehs, die wir zusammen gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja dazu sagen, ich komme ja eigentlich nicht aus der Fußballszene. Da bin ich auf jeden Fall durch dich reingekommen und durch Absolut Teamsport. So, das waren meine beiden Tore zum Fußballspielen, dass ich auch am Ende eine Latte treffen konnte während deinen Drehs. Stimmt, da gibt es auch noch eine Geschichte. Ja, genau. Können wir ja vielleicht noch gleich erzählen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich keine Touchpoints zum Fußball und deswegen habe ich das auch eigentlich im ersten Moment alles gar nicht so emotional gewertet, so wer da ist und mit wem wir zusammen drehen. Für mich war es immer ganz klar, du bist so einer meiner besten Kollegen so gewesen, mit denen wir einfach geilen Scheiß produzieren. Und ich bin ja so Vollblut-YouTuber. Ich liebe ja YouTube, habe ja auch selbst auch ein Creator-Dasein, beziehungsweise gehabt, mittlerweile etwas an den Nagel gehangen. Aber deswegen war für mich immer, wenn wir was zusammen machen, muss der Content richtig geil sein. Wir müssen eine richtig geile Story erzählen und jeder, der vor der Kamera ist, muss perfekt inszeniert werden. Und am Ende haben wir auch immer Fotos mitgenommen. Auch da war mir halt wichtig, dass, wenn wir schon zusammen Content erstellen, auch das auf einem geilen, hohen Level ist. Sowohl das Storytelling als auch am Ende die Filmproduktion zusammen. Und ja, durch dich konnte ich dann echt viele coole Persönlichkeiten kennenlernen und habe den Bezug zum Fußball bekommen und habe einfach gemerkt, wie emotional dieser Sport ist. Und ja, wo du mich jetzt so fragst, was war das Geilste, was wir zusammen erlebt haben, würde ich tatsächlich auch den Berlin-Trip sagen. Weil da war ja auch meine Frau mit, die dann im Hotelzimmer warten musste und ich währenddessen mit dir da die Location abgeschutet habe. Und ja, der Luke Bakio selbst, der ist ja ultra der Herzensmensch und auch das Lichtsetting am Ende war geil. Die Fotos waren geil, also es ist wirklich perfekt gewesen so, ne? Ja, vor allem das war wieder so alles so auf den letzten Trigger-Location-Technischen, der bietet immer ein bisschen schwieriger. Ja, aber Luke Bakio, das, wie du schon gesagt hast, das war halt auch ein Typ, der nicht nur, das hat nicht nur Arbeit, sondern das war halt auch wie eine Freundschaft eigentlich mit ihm vor der Kamera. Ja. Das hat ultra Bock gemacht. Ich habe mir auch mal noch so ein bisschen Gedanken gemacht vor dem Podcast und mir ist dann auch noch mal die Geschichte zu Marius Wolf eingefallen. Da warst du ja auch am Start. Stimmt, okay, das war auch auf jeden Fall ein krasses Highlight, safe. Vor allem, ich glaube, war das nicht sogar dein erstes Mal im Stadion, war das nicht da im Dortmund? Ja, das war mein erstes Mal im Stadion. In Dortmund, Alter. Dann waren wir in Dortmund, ich weiß nicht, ich glaube, das war ausverkauft, oder? Ja, safe, immer ausverkauft. Es war ausverkauft, dann waren wir in der VIP. So, für mich war das ja komplett neu, ich war ja noch nie im Stadion, ich weiß auch nicht, wie man sonst ins Stadion kommt. Für mich war es eigentlich schon selbstverständlich, ich parke auf dem Parkplatz, gehe hoch und sitze dann in der Lounge. Aber es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Deswegen so jetzt im Nachhinein reflektiert, denke ich mir, boah, was für ein krankes Erlebnis war das. Weil auch danach, nach dem Stadion, mit diesem Zeitstress, den wir hatten, um Marius Wolf danach noch zu treffen, einfach zu Hause, crazy. Das Krasse ist ja, also für die Fußballfades ist es ein Begriff, Signal Iduna. Krasseste Stimmung in der Bundesliga, und dann für dich als Nicht-Fußballer, da reinzukommen, die gelbe Wand, das war, glaube ich, also ich hatte Gänsehaut, ich denke, bei dir war es ähnlich, oder? Auf jeden Fall, safe. Wie gesagt, du hast mich für diesen Sport auf jeden Fall emotionalisiert. Und, ähm, ja, witzig auch, dass ich einfach eine rote Jacke dann in dem, äh, bei dem Event getragen habe. Ich weiß noch genau, als du uns abgeholt hast, ich dachte so, scheiße, die machen mir eure rote Jacke an, was geht's denn jetzt? Das war, das war schon sehr gefährlich, zum Glück war man VIP-Bereich, da war es nichts passiert. Ja, genau, ich war auf jeden Fall der Einzige mit einer roten Jacke in dem ganzen Stadion. Wo das so leerkommt, wissen wir nicht, ne? Aber das, das war schon echt geil, vor allem auch die Geschichte. Danach, du hast es schon angesprochen, wir waren bei Marius Wolf eingeladen, hatten ja den Parkplatz direkt beim Stadion, also alles richtig Luxus, easy. Problem war aber nur, natürlich dann wieder rauszukommen. Das war dann so ein bisschen die Lösung, oder die Challenge bei uns. Und die Geschichte beschreibt eigentlich so ein bisschen dich als Typ, finde ich, weil, ich weiß noch, wir saßen da bestimmt eine Stunde im Auto und nichts ging vorwärts. Ich habe Marius geschrieben, wir sind in zehn Minuten da, Stunde vergangen, nichts, kein Schritt vorwärts gekommen. Und die mal nebendran, Luciano, volle Power, push it, und macht da weiter Videos. Ich denke mir so, wie macht der Kerl das? Wie, also ganz ehrlich, auch Thema Stress ist ja bei dir im Unternehmertum immer vorhanden. Wie gehst du damit um, oder genau in so einer Situation, wo ich dann nervös werde? Wie kannst du das ruhig nehmen? Ja, das Ding ist, wir haben durch unsere Freelancer-Tätigkeit sehr, sehr viel Erfahrung sehr, sehr schnell sammeln können mit Rob. Weil wir waren ganz früh schon in Japan, in Bali, Namibia und haben überall Videos produziert. Haben ja schon echt coole Aufträge gehabt, obwohl wir noch ziemlich am Start waren. Also offiziell haben wir 2020 ja die Crew 10 GmbH und KUKAG gegründet. Hab aber vorher schon viel Erfahrung sammeln können. Und wir waren so oft in Situationen, wo du eigentlich gar nicht in Stress geraten darfst. Weil wenn du das einmal machst, dann wird das Ding auf jeden Fall scheitern. Und egal, ob es Fotoshoots waren am Ende, Videoshoots. Also wir hatten zum Beispiel so Geschichten. Rob war in Iceland und wir hatten am nächsten Tag einen Auftrag in Stuttgart. Und der hat so, ja, ich lande um 1 Uhr, nee, der hat gesagt, ja, ich lande dann in Amsterdam und wir können dann um 1 Uhr losfahren. So, und ich so, okay, wow, weil sein Flug hatte Verspätung. Und dann mussten wir um 1 Uhr, es war noch verspätet, Rob kam noch später, so um 2 Uhr von Rheine nach Stuttgart fahren. Das waren 6 Stunden. Das Shooting hat um 9 Uhr angefangen. Das heißt, wir sind komplett durchgefahren. Rob konnte noch so 2 Stündchen schlafen. Ich bin die ganze Zeit im Steuer gewesen. Und dann sind wir ins Fotoshooting gegangen. Und dann haben wir einfach von 9 Uhr bis 19 Uhr durchgeshootet. Ohne Schlaf, ohne Pause, ohne gar nichts. Also sowas haben wir halt mitgemacht. Und da lernst du halt, ja, mit deinen Emotionen umzugehen, dich zu kontrollieren, positiv zu denken. Und einfach nicht an Probleme zu denken, sondern an Lösungen zu denken. Deshalb auch heute, wir haben so viele Situationen, wo man, ich sag mal, als Normalo auf jeden Fall in Stress geraten würde. Aber, ja, du guckst einfach, okay, was sind jetzt gerade die Situationen, die ich so unternehmen kann oder die Möglichkeiten, die ich habe. Und machst das Beste raus. Und am Ende, ja, hast du alles versucht. Und das ist das Wichtigste, so. Ja, ich hab das auch irgendwie so in letzter Zeit gelernt. Und wenn man das Maximum von sich rausholt, dann ist man mit Sicherheit zu selbst immerhin im Reinen. Und das hilft mir dann auch immer in so Situationen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist auch immer wichtig, also ich bin auch irgendwo Perfektionist und muss immer geil abliefern. So unser Slogan heißt ja auch, wir machen geile Videos und dem möchte ich immer gerecht werden. Und deshalb, wenn es mal nicht so geil läuft, bin ich auf jeden Fall enttäuscht. Aber, wenn ich das Beste von mir selbst gegeben habe, dann sage ich mir, ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht. Und nächstes Mal mache ich es einfach besser. Ja, safe. Ich glaube, das ist so, dieses Selbstverständnis von sich selbst ist da immer so das Entscheidende. Weil, wenn ich dann in der Situation bin und ich reg mich über was auf, weiß aber, okay, an mir liegt es jetzt nicht. Ich habe alles probiert. Es ist halt auch einfacher dann zum Verarbeiten, logischerweise. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon viel drüber gequatscht und eigentlich haben wir es noch gar nicht erklärt für die Zuschauer. Wir machen geile Lidius Crew 10. Das ist ja dein Unternehmen zusammen mit Rob da. Seid ihr zu zweit am Start gegangen. Allein die Geschichte hast du mir ja schon mal erzählt. Aber wie ihr euch kennengelernt habt, das ist ja eigentlich fast wie so ein Märchen, oder? Ja, es ist wirklich eine witzige Story. Also klingt manchmal erfunden, aber es ist einfach real. Also wir haben uns tatsächlich über eBay Kleinanzeigen kennengelernt, weil ich hatte damals immer wieder irgendwelche Sachen auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Ich habe so in meiner Jugend damit mein Taschengeld verdient. Und dann hatte ich ein MacBook mal zu verkaufen, weil ich habe zwei gekauft und wollte eins dann wieder verkaufen, weil ich so den Arbeitsspeicher gewechselt habe, so für die Nerds unter euch. Man konnte das früher noch machen. Und dann habe ich quasi das Schlechtere wieder verkaufen müssen, um meine Kohle wieder zu bekommen. Und habe das inseriert und habe dann irgendwann mal eine Message bekommen, so, möchtest du dein MacBook gegen mein iPad 2 tauschen? Und witzigerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt auch einen Kunden, der gefragt hat, hast du nicht ein iPad zu verkaufen? Und ich so, okay, geil, könnte ja echt eine coole Win-Situation werden. Habe gesagt, wenn du 50 Euro noch drauflegst, dann können wir diesen Tausch machen. Und das war der einzige Tausch auf eBay Kleinanzeigen bis heute. Weil ich mache das grundsätzlich nicht, weil wenn ich was zu verkaufen habe, ich verkaufe es, packe meine Kohle in die Tasche und mache damit dann später, was ich möchte. Aber so ein anderes Gerät brauche ich eigentlich nicht. Ja, und das hat mir dann am Ende nicht nur ein iPad gebracht, was ich dann teurer verkaufen konnte und ein paar Euros machen konnte, sondern auch am Ende eine Freundschaft. Weil wir haben dann während dieses Swap-Deals Kontakte ausgetauscht. Rob sagte so, ja, gib mal deine Nummer. Und ich dachte so, wofür braucht er meine Nummer? Und drei Monate später treffen wir uns beim Tricking-Training. Tricking ist so eine akrobatische Sportart. Und dann kommt er auf mich zu und sagt so, bist du nicht der Typ mit dem MacBook? Und ich so, ja, genau, der bin ich. Und seit dem Zeitpunkt hat uns dieses Training, dieses Tricking-Training halt, ja, zu Freunden gemacht, weil wir immer wieder zusammen trainiert haben. Ja, und am Ende haben wir uns so kennengelernt. Also der eine Touchpoint eBay Kleinanzeigen und der zweite Touchpoint war auf jeden Fall der Sport. Und auch da kann man sehen, Rob ist der Proaktive. Er hat mich so angesprochen und hat das Ganze eingeleitet. Ich habe das Ganze irgendwie supportet. Und genau mit dieser Mentalität arbeiten wir eigentlich heute noch und machen, ja, die normalen Win-Win-Situationen für den Gegenpart. Also richtig spannend. Also man kann da eigentlich auch schon mal das Wort Schicksal eigentlich in den Mund nehmen. Deswegen auch mal die Frage, glaubst du eigentlich ans Schicksal oder wie siehst du das Thema? Ja, ich habe letztens mal so einen Satz gehört. Da habe ich auch mit einem so philosophiert über das Leben und den Sinn und so weiter. Und dann hat er gesagt, was ist, wenn ich dir sage, alles, was du erlebst, ist von dir selbst ausgedacht. Boah. Das ist auf jeden Fall so eine richtig deep question. Und ich musste auch erst mal in mich gehen und erst mal diesen Satz verarbeiten, um zu verstehen, was sagt dieser Satz eigentlich? Und am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es wirklich so ist. Ich habe mir immer einen besten Freund gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, irgendwie ein Unternehmen zu haben und selbst was zu erreichen. Ich habe mir immer gewünscht, meine Visionen zu leben. Und ich habe mir immer gewünscht, kreativ etwas zu schaffen, was in der Welt irgendwie Bedeutung hat. Und am Ende kann ich sagen, ja, es ist so dieser Schicksal, den ich mir selbst ausgedacht habe. Und am Ende ist vieles, wirklich sehr, sehr vieles so eingetroffen, wie ich es mir als Ziel gesetzt habe oder als Vision gesetzt habe. Also auf jeden Fall ein krasser Deep Talk hier gerade, aber ich glaube da voll dran. Ja, ist auf jeden Fall ein Deep Talk, aber ich finde das Thema mega spannend. Also Manifestieren nennt sich das Ganze ja, wenn man quasi sich visualisiert. Und abwitzig, dass du es auch sagst, weil ich glaube da auch komplett dran. Ich habe so viel erlebt, wo ich mir dachte, Alter, eins zu eins, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich einfach das vorstellt, sondern man glaubt ja dann dran, dass man es schon hätte. Genau, richtig. Und dann auch so alltäglich Sachen, das kennt jeder aus dem Alltag. Man guckt am Handy und denkt so, ach, könnte der sich jetzt mal melden? Ich brauche da Rückmeldung. Wie oft plötzlich klingelt dann das Telefon und genau die Fessour ist dran. Ja, safe, safe. Das ist wirklich so, da denkt man so, hä, wie konnte das passieren? Aber ja, ich glaube da auch fest dran. Wir haben auch mit Rob irgendwann mal so mein altes iMac, meinen alten iMac aufgeräumt, weil der hier stand und da dachten wir so, was ist da eigentlich drauf? Und dann machen wir den an und dann haben wir ein Bild aus 2018 gefunden auf meinem iMac, was ich mal erstellt habe. Da haben wir ein Gebäude, wo das Logo Crew 10 mindestens genauso groß dran ist und davor stehen einfach zwei Lamborghini Huracans. Einmal, das ist so eine Fotomontage, vielleicht kannst du das einblenden im Video. Es war ein weißer und ein roter. So, am Ende haben wir jetzt hier so ein ähnliches Gebäude, wo wir sitzen. Wir haben einen weißen und einen roten Porsche. So genau die Farben von diesem Bild. Und wir haben einen Lamborghini Huracan, den haben wir auch. Und das vereint eigentlich alles, was wir so bis heute erreicht haben in einem Bild von 2018. Jetzt kann man sich halt fragen, ist es wirklich Schicksal oder haben wir uns das ausgedacht? Oder haben wir es so krass manifestiert, dass es am Ende wahr wurde? Also ich habe auch eine Geschichte, die ich ziemlich verrückt finde in dem Bereich, aber die toppt jetzt von mir gerade schon alles. Weil es ist ja immer so komisch, das zu beschreiben, weil es ist ja schon sehr abstrakt, sich das vorzustellen, dass sowas funktioniert. Aber ich hatte mal, damals hatte ich mir auch immer, ich mache mir mal so Vision Boards, also Ziellisten. Und ich war damals ein riesen Joko und Glas Fan. Und dann dachte ich so, wie cool wäre es denn da mal in der Show zu sein? Da dachte ich so, aber wie sollte ich bei Joko und Glas landen? Weil ich bin kein Comedian, ich bin kein Unterhalter. Und dann kam da mal ganz random eine E-Mail, wir suchen einen Fußballer-Double für Glashäufer-Umlauf. Und da dachte ich so, Moment mal, das kann ja nicht sein, weil das war genau in der Zeit, wo ich mir das immer vorgestellt habe. Ja. Und da dachte ich am Anfang, save, spam, ich mache da mal nichts. Und dann hat mich das nicht locker gelassen und dachte ich, komm, ich rufe da jetzt direkt mal an. Und dann ging da Florida Production dran, also genau die Produktionsfirma von Joko und Glas. Und dann haben die gemeint, hey, nächste Woche, Montag war das, haben wir eine Aufzeit noch bei Late Night Berlin und brauchen einen Fußballer. Hast du Zeit? Und ich so, nein, habe ich eigentlich nicht. Aber wenn das stimmt, dann, ich lasse da alles stehen liegen, ich komme da hin. Dann Fluggebuchte an dem Tag noch, alles ganz spontan. Das war, glaube ich, am Donnerstag kam der Anruf, Montag war dann der Termin in Berlin. Ja. Dann holte er mich am Flughafen ab und ich dachte die ganze Zeit, save, werde ich hier verarscht. Irgendjemand hat mich angemeldet und versteckte Kamera und so. Ja, krass, Alter. Und es war tatsächlich, es hat funktioniert tatsächlich, also. Ja, wie heftig ist der Moment dann so, weißt du? Du hast dir das immer gewünscht, du wolltest es erreichen und auf einmal wird es wahr. Also dieser Moment so ist meiner Meinung nach ultra unbeschreiblich, aber im ersten Moment gar nicht so zu realisieren. Ja, genau das ist das Thema, dass man das ja, also wenn man mal drauf achtet, ist es ja wie so ein Schalter, so ein Klick, wo man merkt, ah, krass, das war ja so. Aber ich habe auch eine Zeit lang gehabt, wo kann man ja auch negativ anwenden. Also wenn man sich auf Sachen versteift und an Probleme denkt, die eigentlich gar nicht da sind, dass es dann ja trotzdem passieren kann. Und wenn man dann aber wirklich mal damit umgehen kann, so wie du jetzt schon gesagt hast, ist krass, was man damit alles erreichen kann oder was da funktioniert. Ja, ich musste auf jeden Fall in den letzten Jahren auch sehr viel an mir selbst arbeiten. Wir haben 2020 ja angefangen, 2021 haben wir den ersten Mitarbeiter bekommen, Fabi, mittlerweile unser bester Creative, den wir so haben, also krassester DOP. Ja, safe. Und seitdem sind wir jetzt mittlerweile 30 Leute, seitdem sind halt sehr, sehr viele dazugekommen und wir merken, dass wir auch andere Umsätze fahren müssen. Wir haben natürlich einen riesen Kostenapparat mittlerweile hier dran und diese Selbstentwicklung muss halt so krass sein, um das so schnell zu handeln. So gut wäre ich aus einem Unternehmen gekommen, wo ich schon Geschäftsführer von 100 Leuten bin, wäre das wahrscheinlich was ganz anderes, wenn man jetzt was Neues aufbaut. Aber Rob und ich haben uns alle selbst beigebracht und mussten uns in diese Rollen sehr, sehr schnell entwickeln. Weil auch da, es ist ein großer Unterschied, ob du zwei Leute hast, zehn Leute oder 30 Leute. Es ist halt komplett ein anderes Game. Du bist auf einmal von einem Filmmaker, von einem YouTuber in eine Managerrolle versetzt worden, wo du auf einmal steuerliche Themen auch voll krass machen musstest und verstehen, wie funktionieren Teams, wie baut man Prozesse auf. Das sind halt alle so Thematiken, die mussten wir uns jetzt über die letzten Jahre ultra aneignen. Deswegen so dieser Learning-Prozess ist ja extrem wichtig und auch das Mitwachsen der eigenen Person. Weil wenn du das irgendwann vernachlässigst, dass du nicht mitwächst mit dieser ganzen Struktur, dann wird irgendwann das ganze Ding zusammenbrechen. Und ja, das war für mich eins der heftigsten Learnings. Immer lernwillig an die Sachen rangehen, alle neuen Challenges annehmen und versuchen so gut wie möglich zu meistern. Und was ich auch mittlerweile gelernt habe, es gibt Experten in bestimmten Bereichen, die einfach besser sind als du. Und das ist auch richtig so und auf die musst du auch teilweise vertrauen. Also auch dieses Learning, was du gerade schon angesprochen hast. Ich habe ja auch YouTube schon sehr lange gemacht und hatte auch mal so eine Zeit, wo ich dann schon so ein bisschen festgefahren war. Also es hat immer noch Spaß gemacht, aber es war nicht mehr so wie früher. Man wacht, am Sonntag kann man nicht einschlafen, hey, morgen wieder Vollgas. Sondern es war einfach so ein Tritt, in dem man sich bewegt hat. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wichtig es ist, lernwillig zu bleiben, also was Neues auszuprobieren und auch bereit zu sein, offen zu sein, was Neues zu machen. Um halt genau diesen Lernprozess, ich glaube, das ist auch so die rote Linie generell im Leben, dieses zusätzlich Lernen, also immer konstant weiter zu lernen. Weil Stillstand, irgendwann kriegt dich das immer. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Deswegen empfehle ich jedem auf jeden Fall auf seinen Lernprozess irgendwie zu achten und zu gucken, okay, wie entwickle ich mich weiter. Ich bin zum Beispiel eher so der Praktiker. Ja, hier und da habe ich schon ein paar Bücher gelesen, die mich inspiriert haben. Aber so richtig gelernt habe ich immer in der Praxis und so richtig gelernt habe ich von Leuten in meiner unmittelbaren Nähe. Deswegen war es für mich immer ziemlich geil, dass Rob eine ähnliche Story hatte als ich, aber was anderes gelernt hat. Und hat auch viele Learnings von seinem Unternehmen, wo er vorher Projektmanager war, zu uns gebracht hat. Die kannte ich halt nicht, weil ich vorher nie in einem Unternehmen so richtig gearbeitet habe. Und dann habe ich immer geguckt, okay, wie macht er das? Und der hat auch schon ein bisschen länger fotografiert als ich und Videos gemacht. Und dann habe ich sehr, sehr vieles von ihm angeeignet, indem ich einfach geguckt habe, wie macht er das? Und habe es nachgemacht und habe mir so ein paar Sachen durch Recherche nochmal selbst reingezogen auf YouTube zum Beispiel. Und wusste auf einmal, okay, wie mache ich ein geiles Foto? Wie stelle ich die Kamera richtig ein? Wie unterscheidet sich eigentlich Video von Foto? Worauf muss ich bei einer Kamera achten? Also das sind so, ich sag mal, ganz simple Geschichten jetzt, die aber den Basisstein unseres Unternehmens bilden. Aber auch dann weiter, was für eine Gesellschaft gründen wir? Wie muss die aufgebaut sein? Welche Leute passen überhaupt in unser Business-System? Wen stelle ich ein? Wie stelle ich jemanden ein? Das sind ja tausend Themen, die ich jetzt aufzählen könnte. Ja, und da musst du immer dranbleiben. Ja, safe, also vor allem auch die, wenn du so einen Kontakt hast, mit dem du drüber reden kannst. Das war ja auch cool, da habe ich mit Rob auch ein bisschen drüber reden können. Ich war ja auch Einzelunternehmer bis jetzt vor kurzem. Und dann halt mal jemand so einen Austausch zu haben, wie läuft das ab, wenn man eine GmbH ist? Was muss man beachten? Wie soll eine Struktur aufgebaut sein? Das ist dann halt so dieses Lernen an jemanden, der es halt schon umgesetzt hat, funktioniert einfach ganz anders. Auf jeden Fall, definitiv. Es müssen natürlich Personen sein, denen du vertraust. Das ist mega wichtig. Und ich habe Rob sehr, sehr früh vertraut, weil ich gemerkt habe, das, was er sagt, stimmt auch. Das hat eine Basis. Und das, was er sagt, setzt er auch um. Also kein Laberkopf, so ich nenne die Leute Laberköpfe, die dann viel erzählen, aber am Ende kommt nichts bei rum. Und das war bei ihm nie so. Und deswegen habe ich halt gemerkt, okay, das, was er auch macht, das funktioniert. Und habe dann irgendwann gesagt, 2019, beziehungsweise haben wir es zusammen entschlossen, lasst uns zusammen eine Firma gründen, weil das Vertrauen so hoch ist und wir merken, dass wir gemeinsam geil funktionieren. Rob hatte dann bis dahin schon echt einen guten Umsatz auch alleine gehabt. Also actually hätte der das nicht mit mir machen müssen. Aber auch er hat dann am Ende eine größere Geschichte in einer Zusammenarbeit gesehen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, lasst zusammen eine Firma gründen. Also der hatte das größere Risiko von uns beiden. Aber ja, da war das Vertrauen von seiner Seite zu mir ebenfalls hoch. Und ja, auf Vertrauen basiert am Ende sehr, sehr viel. Deswegen auch, wenn ich von Leuten lerne in meiner nahen Umgebung, dann sind das auf jeden Fall Leute, denen ich sehr, sehr, sehr viel vertraue. Vor allem, du hast es gerade angesprochen, das hätte ich mir auch als Fragen notiert. Es ist übrigens auch witzig, wir hatten ja vor so ein kleines Vorgespräch zum Podcast. Da war ich ganz stolz gestern Abend am PC Fragen rausgetippt. So, was könnte ich die mal fragen? Wie kann man es strukturieren? Und dann Dima sagt mir so, ja, das muss ein bisschen flexibler sein. Da hat er ja völlig recht, dass so ein Gesprächsfluss entsteht. Aber deswegen, das stimmt schon, wenn man mal so in diesem Flow drin ist. Das passt aber ganz gut. Aber ich habe mir auch eine Frage überlegt oder ausgeschrieben. Du hast nämlich gerade auch perfekt dazu schon geantwortet, eigentlich Thema Risiko. Du warst ja vorher nicht selbstständig, beziehungsweise du hast ja nicht in diesem Bereich gearbeitet. Hattest du da so ein bisschen auch, in Anführungszeichen, Angst vom Unbekannten, da reinzustarten? Tatsächlich hatte ich das kein einziges Mal. Krass, krass. Ja, ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe eigentlich Maschinenbau studiert, habe einen Bachelor in Maschinenbau. Und ich komme aus einer Familie, die sehr spontan ist und sehr viel schon erlebt hat. Also ich bin in Kasachstan geboren. Mit vier Jahren sind wir dann nach Russland umgezogen. Das heißt, ich hatte mit vier Jahren eine Umstellung, in ein neues Land zu gehen. Mit acht Jahren sind wir dann umgezogen von Russland nach Deutschland. Das heißt, ich bin in Deutschland angekommen, konnte keine Sprache, wurde als kleines Kind in eine Schule voller Fremde reingeworfen einfach. Ich konnte nicht mit den Leuten kommunizieren. Ich musste quasi erstmal Einzelgänger sein und mich irgendwie anpassen. Und das war für mich dann wahrscheinlich so ein krasses Learning in diesen jungen Jahren, dass ich immer wieder in neue Situationen reingeworfen wurde und einfach damit umgehen musste. Als Kind nimmst du das gar nicht so bewusst wahr. Wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe, dann ist es ja was ganz anderes. Aber so war ich gezwungen, einfach mich anzupassen und eine neue Sprache zu lernen. Und auch da war ich ja jahrelang einfach noch ein Fremder, weil mein Deutsch dementsprechend ja auch nicht so gut war nach drei, vier, fünf Jahren. Und dann musste ich auch noch eine Grundschule wechseln. Da war wieder was Neues. Da musste ich in eine weiterführende Schule, ins Gymnasium. Da war wieder was Neues. Also in diesen jungen Jahren habe ich so viel Veränderung erlebt. Und meine Eltern ja auch. Und die haben immer gesagt, immer positiv bleiben und haben einfach immer geguckt, okay, wie können wir weiterkommen? Wir hatten auch nicht viel Geld in Deutschland. Wie verdienen wir unser erstes Geld und so weiter? Und ich glaube, das hat mich so extrem geprägt, dass ich nie Angst hatte, irgendwas zu machen. Weil ich, wenn ich auf etwas Bock gemacht habe, habe ich es einfach durchgezogen und wusste, es wird funktionieren, wenn ich mir einfach Mühe gebe. Also ich glaube, das rührt daher. Aber das ist auch eigentlich genau dieses Thema Komfortzone bei dir. Du hast ja von Anfang an, eigentlich warst du ja nicht in dieser Komfortzone drin, wenn man, ich finde, man merkt das komplett, wenn man mal so sich zu sehr konzentriert auf das, was man hat, statt zu wachsen und in dieser Komfortzone bleibt, dass man dann doch schon so ein bisschen risikoaffiner wird und eher denkt so, ah, soll ich diesen Schritt gehen? Aber klar, die Crewtend ist mittlerweile groß, aber gab es ja trotzdem dann mal bei dir irgendwie so einen Zweifel, so ist es das Richtige, was ich mache? Schaffe ich das überhaupt? Oder war das von Anfang an dann einfach klar, dass du es durchziehen möchtest? Also für mich war es auf jeden Fall klar, dass wir das Ding rocken. Ich habe auch letztens so einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, wo ich geschrieben habe, ich habe bei der Gründung geschworen, ich werde alles dafür tun, dass Crewtend groß wird oder Erfolge feiert. Und das war auch von Anfang an meine Vision, dass ich das einfach durchziehe. Natürlich hatten wir Struggles, also jeder Unternehmer oder jeder Selbstständige kennt es. Es gibt Ups und Downs, es gibt schlechte Phasen, es gibt gute Phasen, es kann auch am Tag mal zehnmal hin und her switchen, wo du sagst, scheiße, es läuft nicht. Und dann denkst du, okay, krass, das ist ja voll krank, was gerade abgeht so, ne? Selbst. Deswegen, du hast diese Phasen, wo, ich sag mal, wo du deep in dich hineingehst und dich erstmal fragst, will ich das wirklich tun, was ich mache? Also diese Selbstzweifel. Aber ich habe das für mich am Ende so in mein Leben integriert, dass ich weiß, wenn diese nachdenklichen Phasen kommen, die ich als erstes vielleicht auch so unter Depressionen packen würde, wo ich teilweise wirklich drei, vier Tage so in mir selbst war und so viel über das Leben nachgedacht habe, aber so irgendwie in so einer negativen Stimmung war, habe ich das für mich jetzt so reflektiert, das sind eigentlich die Phasen, wo du wächst. Das sind die Phasen, wo du anfängst zu reflektieren und das sind zwar irgendwo negative Emotionen, aber diese negativen Emotionen sind gut, weil nur wenn du negative Emotionen hast, kannst du auch positive Emotionen wahrnehmen und ich habe einfach gesagt, diese negativen Emotionen sind alles Erfahrungen und alles Lernphasen und deswegen bin ich gar nicht traurig drum, wenn ich nächste Woche wieder so drei Tage in mich hineinkehre und einfach alle Fragen so rauswerfe, die mich so plagen und denken so, okay, möchte ich eigentlich noch Filme drehen oder möchte ich vielleicht doch was anderes machen? Aber wenn ich das dann für mich selbst beantworten kann, dann macht mich das nur umso stärker und dann denke ich mir so, okay, jetzt erst recht, jetzt richtig durchziehen. Ja, safe, also völlig komplett, weil ich muss auch sagen, durch Social Media bekommt man schon ab und zu auch den Eindruck vermittelt, alles läuft immer glatt, alles muss perfekt sein, alles muss aus der Masse raussteigen. Es gibt ja eigentlich kein Mittelmaß mehr durch Social Media, finde ich, weil jeder nur extreme Phasen teilt, das kann einem auch schnell unglücklich werden oder werden lassen, wenn man sich vergleicht. Auf jeden Fall. Vor allem deswegen, ich verstehe es komplett, was du meinst, auch ich habe das immer wieder, ich habe das am Anfang, muss ich sagen, in der Gründung oder wo ich selbstständig wurde nach dem Abi, schon ein bisschen häufiger gehabt, wo ich dachte so, okay, meine Freunde, meine enge Freunde machen alles was Sicheres und ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich denn jetzt diesen Monat gemacht oder was kommt noch auf mich zu. Aber genau, wie du schon gesagt hast, das hilft jetzt einem, in dieser Phase, wo man jetzt ist, darüber nachzudenken, okay, so schnell komme ich nicht mehr aus der Ruhe. Ja, das Ding ist, ich hatte auch immer einen Plan B, das war eigentlich auch immer ganz gut. Ich habe ja Maschinenbau studiert und nach meinem Studium bin ich erst in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe auch dann einen Master angefangen, habe den dann kurz vor der Masterarbeit auch geschmissen. Ich hatte einen Durchschnitt von 1,5, also war schon sehr, sehr gut dort. Und trotzdem habe ich es geschmissen für die Selbstständigkeit. Das war für mich immer so, dass wenn die Selbstständigkeit dann nicht läuft, dann gehe ich einfach wieder den Master machen oder wenn ich keinen Bock auf den Master habe, dann nehme ich Plan C und arbeite einfach als Bachelor im Maschinenbau, was ja auch dir irgendwo eine Sicherheit gibt, weil da wirst du immer genug Geld verdienen, um ein normales Leben zu haben. Also deswegen war das Risiko auch überschaubar. Ich glaube, ich würde jemanden empfehlen, der auch so einen Weg vorhat, immer das Risiko erstmal abzuwägen, um zu gucken, möchte ich dieses Risiko gehen, weil am Ende musst du ein Risiko gehen, um etwas zu erreichen, aber auch zu gucken, dass dieses Risiko überschaubar ist. Wie gesagt, ich hatte so einen Plan B, der mich komplett abgesichert hat, wo ich dachte, scheiß drauf, wenn am Ende keiner meine Videos haben möchte oder ich doch voll schlecht bin im Film, dann gehe ich einfach als Ingenieur arbeiten und alles ist fein. Ja, ich denke, es gibt Schlimmeres, weil vor allem, wie du schon gesagt hast, also ich habe tatsächlich auch angefangen zu studieren vor jetzt schon drei Jahren, als bin ich dann auch damit vorbei, weil ich genau auch diesen, zum einen, man sagt ja oft, Plan B zerstört Plan A und so weiter, das sehe ich nicht ganz so. Wenn man das gut strukturiert bekommt, zum Beispiel für mich ist Uni nicht mein Hauptding, sondern ich mache das nebenher. Meine Arbeit hat immer erste Stelle. Aber genau das, wenn man mal drüber nachdenkt, das habe ich auch gelernt, negativ visualisieren, finde ich auch teilweise sinnvoll, zu überlegen, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Schritt gehe? Wenn man den Konsequenzen erleben kann, dann merkt man meistens ja, okay, also ich sterbe jetzt nicht daran, es passiert nichts Schlimmes, ich muss hauptsächlich vielleicht den Job wechseln. Das hilft einem schon, finde ich, um das Risiko dann auch vielleicht einzugehen. Ja, voll, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe da auch immer einen Plan B und habe auch mit meinem Papa darüber gesprochen, der meint so, ja, willst du wirklich Fotograf werden? Und ich so, ja, der sieht das als Fotografie, weil der hatte einfach keine Ahnung von Social Media, ich war ja viel mehr. Ich war ja damals schon so Hobby-Influencer auf Instagram, habe voll viel Zeugs umsonst bekommen, da rührt das Ganze eigentlich auch her, weil auch Rob und ich haben beide sehr früh schon Kontakt zu SchülerVZ gehabt, Facebook, YouTube und wir waren da immer Creator, wir waren da nie Konsumenten, wir haben das immer mit Content bespielt, jede Plattform. Deswegen dieser Kreativprozess, der rührt schon aus meiner Jugend. Und ja, mein Papa hat das nur gesehen, okay, ich habe eine Fotokamera gekauft und ich mache Fotos, ich werde Fotograf und da habe ich gesagt, nee, Papa, das wird schon werden. Der wollte natürlich auch nur das Beste für mich, aber auch da lasse ich mir wenig von außen einreden. Ich höre mir Meinungen an, ich höre mir auch am liebsten Meinungen von natürlich vertrauten Personen an, aber guckt mir immer, was kann ich von diesen Meinungen mitnehmen für mich, was ist für mich lehrreich und ziehe trotzdem mein eigenes Ding durch, aber mit einer viel höheren Sicherheit, weil ich halt andere Perspektiven mit reinbezogen habe und so kann man Risiko auch am Ende ein bisschen minimieren. Ja, ich sehe es genauso, ich habe früher oft oder zu viel auch auf Meinung von anderen gegeben, auch bei meinem Format Schuhnews oder Schuhdesigns, als ich angefangen habe. Ich hatte ja keinen Kontakt zu niemandem, habe dann so ein bisschen in der Szene herumgefragt, hey, wie findet ihr die Idee, was sagt ihr? Und da kam halt alles so, ja, kommst du nicht an die Spiele ran, das wollen die Marken nicht, die Spiele haben da keinen Bock drauf, das kostet viel zu viel Last, das alles. Aber da muss man sich überlegen, von welcher Person holt man sich gerade den Rat? Hat die das wirklich gemacht? Weil das macht ja einen Riesenunterschied, ob der das also ein Proof of Concept hat, das wirklich mal umgesetzt hat oder das einfach nur seine Meinung ist. Safe. Da muss man safe auch so ein bisschen mehr sich selbst vertrauen, finde ich da eigentlich. Ja, hundertprozentig. Also du hast es genau richtig gemacht, einfach mal ausprobieren, weil wenn es noch keiner ausprobiert hat, wie soll dann einer sagen, ob das funktioniert oder nicht? Geht einfach nicht. Und wir hatten ja auch sehr früh Kontakt zum Beispiel zu TikTok und auch da waren wir mit Cruten eine der ersten Brands auf TikTok. Also das ist wirklich ganz, ganz crazy. Stimmt, stimmt. Ich weiß noch, da hast du immer gesagt, fang mit TikTok an, fang mit TikTok an. Weil ich noch gar nicht wusste, was da abgeht, Alter. Ja, wir haben das schon 2019 gepredigt, dass TikTok das nächste Ding wird. Und 2020 haben wir das noch mehr gepredigt. Und das haben trotzdem sehr, sehr viele Leute gar nicht gesehen. Ich habe auch dir, wo wir kennengelernt haben, direkt gesagt. Und später habe ich dir auch gesagt, mach YouTube-Shorts, mach das, das wird auch krass. Also der Play-Button gehört zum Teil eigentlich dir, muss man sagen. Ich hole den ab, nein, Spaß. Ja, aber ich habe halt die Möglichkeiten gesehen. Und da haben auch sehr viele gesagt, ja, TikTok, keine Ahnung. Mhm, vor allem viele Influencer haben gesagt, äh, die brauche ich nicht. Ich mache Instagram, hab da meine Follower. Oder ich mache YouTube, mach da meine Follower. Und auch später große YouTuber haben gesagt, ich mache keine Shorts, das ist gar nicht mein Content. Aber das sind alles vertane Chancen. Die haben das alle gesagt, obwohl die gar nicht den Effekt kannten. Die haben es ja nie probiert. Und ich war so, ich habe TikTok von Anfang an voll bespielt und habe geguckt, wie mache ich da geilen Content. Ich habe YouTube-Shorts von Anfang an bespielt und habe geguckt, wie mache ich da viralen Content. Und am Ende habe ich sowohl auf TikTok richtig krasse Erfolge feiern können und auch auf YouTube sehr schnell einen Kanal aufgebaut, weil ich einfach mich nicht von diesen anderen Meinungen unterkriegen haben lasse. So, wäre das richtig, ne? Ja, und auf jeden Fall immer Neues ausprobieren. Und wenn es komplett neu ist und es noch keiner gemacht hat, dann nicht auf andere hören. Klar, Meinungen mit einbeziehen, aber trotzdem seinen Weg gehen. Ja, es kommt immer darauf an, von wem die Meinungen kommen. Das hast du ja eigentlich ganz gut gesagt. Aber vor allem zu diesem Thema YouTube-Shorts. Ich weiß es noch, ich hatte damals, als ich auch noch Freestyle gemacht habe, gab es damals von TikTok so ein ganz exklusives Partnerprogramm. Das war, glaube ich, gerade frisch nach der Umbenennung. Und dann habe ich drei, vier Videos hochgeladen, weil ich gesagt habe, hey, probiere das mal aus. Ich hatte das erste Video sechs Millionen Aufrufe gemacht. Und dann habe ich drei Videos hochgeladen. Und dann dachte ich irgendwann, warum mache ich das? Ich kenne die App ja gar nicht, bringt das was? Und habe aufgehört. Und das ist so ein Fehler, wo ich heute drüber nachdenke. Genau in solche Situationen ziehst du doch mal durch und dann guck, was passiert. Weil man erwartet so nach zwei Wochen, jetzt brauche ich Erfolg, sonst lohnt sich das nicht. Ja, safe. Auf jeden Fall dieser kurzfristige Erfolg. Ich glaube, dass es je jünger man ist, desto krasser ist es. Gut, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ich glaube trotzdem, so ein 16-Jähriger, der denkt nochmal ganz anders. Und man denkt halt so einfach nur vor seine eigene Nase und möchte halt schnell was erreichen. Aber am Ende musst du halt etwas über eine längere Zeit probieren, um das zu evaluieren, ob das sinnvoll ist, ob das Erfolg hat oder nicht. Und ja, wir haben TikTok halt gemacht, ohne zu wissen, was das überhaupt für eine Plattform ist und ob die wirklich funktioniert. Aber ich war irgendwie so krass überzeugt davon. Und ja, und dann haben wir auch schnell ein paar coole Zahlen erreicht und das hat uns noch mehr geboostet. Und ja, genau, so lief das dann bei uns ab. Und jetzt hast du mittlerweile ja trotzdem deinen Erfolg. Also du hast ja nochmal aufgegriffen, nochmal neu aufgerollt. Du hast halt gezeigt, so wenn man es einmal geil und kontinuierlich durchzieht, dann hat es auf jeden Fall eine richtig krasse Wirkung. Ja, vor allem dann, als du mir damals von YouTube Shorts erzählt hast, dann war ich auch so skeptisch und dachte, diesen TikTok-Fehler, den mache ich nicht nochmal. Und dann weiß ich noch, ich habe da tatsächlich zwei Jahre lang, oder mache ich eigentlich immer noch, aber wirklich zwei Jahre jeden einzelnen Tag, also keinen einzigen Tag Ausnahmen, jeden Tag einen Short hochgeladen. Heftig. Und vor allem, das ist auch dieses, also es gibt ja viele Motivationssprüche und also Themen, wo auch oft mal so ein bisschen drüber klingen. Aber ich finde gerade dieses Thema Consistency, da glaube ich so krass dran, dass man, wenn man was kontinuierlich macht, auch wenn es noch keinen Erfolg hat und da aber dran bleibt, irgendwann stellt sich Erfolg immer ein, wenn man dabei ist. Ja, auf jeden Fall. So, Herr Anwalt hat auch einen geilen Spruch gebracht, weil Herr Anwalt war einer der erfolgreichsten TikToker und auch mit einer der schnellst wachsenden TikToker. Er hat ja ultra die TikTok-Bubble geprägt. Und viele Leute kamen auf ihn zu und haben dann gesagt, kannst du mir eigentlich Tipps geben, wie ich TikTok besser machen kann? Und dann hat er gesagt, mach erst mal, bevor ich dir eine Antwort gebe, mach erst mal 100 TikToks, lad die auf die Plattform hoch und danach können wir nochmal sprechen. Weil er sagt so, ich kann dir jetzt Tipps geben, aber du hast gar keine Verbindung zu dem, wie man das eigentlich macht und hast null Ansätze, weil du hast noch nie einen TikTok hochgeladen und dann soll ich dir jetzt irgendwelche Tipps geben, die einfach nur ins Leere gehen. Das ist für mich halt Zeitverschwendung. Und genau so habe ich mir das dann am Ende auch gedacht. So, ich fand das voll inspirierend und dachte so, mach erst mal, mach erst mal das Doing, ob es 100 sein müssen, nicht unbedingt. Vielleicht gehen auch ein paar weniger, aber auf jeden Fall muss man sich erst selber ranprobieren und erst mal testen, was kriege ich selbst hin und ein bisschen Gefühl dafür bekommen, bevor man irgendwelche krassen Expertenmeinungen reinholt, die vielleicht komplett über deinem Level sind. Ja, man wird da so ein bisschen an der Komplexität, also das überfordert ja einen auch am Anfang so ein bisschen, wenn man es nicht ganz so ... Und vor allem, wie du schon gesagt hast, viele wollen dann diesen schnellen Erfolg, was aber ich jetzt auch gelernt habe, was oftmals auch ein bisschen hinderlich, weil da eher kontraproduktiv ist, wenn man zu schnell bei irgendwas Erfolg hat, dass man dann diesen Erfolg will man ja steigern und dann gerade der nächste Schritt, wenn der nicht funktioniert, ist man viel schneller demotiviert dann eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Das Problem hatten auch viele TikToker. Die haben dann Videos hochgeladen, hatten keine Millionen Views und auf einmal wird der Algorithmus umgestellt, weil TikTok spielt damit gerne. Und auf einmal machen die Videos nur die Hälfte oder vielleicht sogar nur ein Viertel der Views. Und dann kriegen die in Klammern nur noch 100.000 Views oder so. Und dann waren die auf einmal demotiviert, weil die statt einer Million 100.000 Views bekommen. Ich meine, 100.000 Views sind immer noch ganz, ganz kranke Zahlen. So 100.000 Menschen, das ist ein ganzes Stadion voll. Und ja, aber dann waren die so deputiviert, dass die teilweise ihre Accounts komplett stillgelegt haben, statt einfach mal weiterzumachen, auf sich selbst zu hören. Und weil der Algorithmus wurde dann wieder umgestellt und wieder und wieder. Und dann kamen wieder Phasen, wo du vielleicht sogar doppelt so viele Views hättest machen können. Und diese Phasen haben die da einfach nicht mitgemacht. So nur aus diesem Grund, dass sie zu viel sich auf diese Zahlen beharrt haben und zu schnell den Erfolg einfach gegaint haben. Ja, echt. Also ich meine auch nachhaltiger Erfolg, das geht eigentlich meistens nur über eine längere Dauer, und wenn du was aufbaust. Weil ich überlege, ich habe drei Jahre lang drei bis vier Longform-Videos auf YouTube hochgeladen, um meine ersten 5.000 Abonnenten zu machen. Drei Jahre lang jede Woche drei Videos. Und dann hätte ich damals gesagt so, ja gut, das ist wohl doch nichts für mich. Da hätte ich dich auch safe nicht kennengelernt. Also es hätte sich ja alles ganz anders entwickelt. Und seitdem, wenn ich auch merke, es läuft nicht, auch zum Beispiel was jetzt die Modemarke angeht, wo wir gegründet haben, da läuft nicht alles rund. Aber genau das macht es ja eigentlich auch aus, dass man da dran bleibt dann. Auf jeden Fall. Also man merkt bei dir ja, du bist voll mit Passion dran. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil am Ende macht man es nicht fürs Geld. Wenn man es fürs Geld macht, ist das nur kurzfristig motivieren. Und du wirst am Ende nie glücklich mit dem, was du machst. Aber wenn du das mit Passion machst, dann machst du es wirklich so gut, weil es vom Herzen kommt, dass du später den Erfolg auf jeden Fall ernten wirst. Und auch dadurch Geld verdienen wirst. Natürlich ist es nochmal eine andere Nummer, wenn du ganz viel Geld verdienen möchtest. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber Passion bringt dich auf jeden Fall nach vorne und lässt dich auch langfristig motiviert bleiben, irgendwas richtig durchzuziehen. Ja, komplett, weil das Problem ist ja auch, Geld ist immer vergänglich, finde ich. Ja, safe. Das ist immer so ein kurzer Motivationsfaktor. Aber man, also es ist auch irgendwie ein bisschen schade, aber ich finde, es normalisiert sich auch immer extrem schnell, was sowas Materielles angeht. Voll, auf jeden Fall. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, ich fahre ja einen Porsche. Ist auch mega geil. Also ich bin ultra stolz, dass ich das selbst erreichen konnte, zusammen mit Rob, dass wir beide Porsche fahren können. Das war definitiv ein Lebensziel von mir, so einen Sportwagen irgendwann mal zu fahren. Aber so jetzt ist das für mich schon normal geworden. Eigentlich so traurig, dass es normal geworden ist, dass ich diesen Porsche habe. Muss man eigentlich viel mehr wertschätzen. Aber ja, materielle Dinge sind echt vergänglich. Und jetzt am Ende ist es mir auch egal, wenn ich den Porsche irgendwann nicht mehr habe. Ich bin glücklich darum, dass ich den fahren durfte. Und wenn ich da wirklich Bock drauf habe, dann muss ich halt ein bisschen mehr hasseln oder vielleicht mal ein bisschen anders hasseln. Dann kann ich mir den irgendwann holen, wenn mal schlechte Zeiten kommen sollten. Aber das ist für mich dann auch, ja, wie gesagt, einerseits normal geworden, andererseits ist es aber auch für mich so geworden, dass ich das erleben durfte. Ich habe diese Erfahrung gesammelt und das tut auch nicht mehr weh, wenn es irgendwann weggenommen wird. Weil das macht mein Business am Ende nicht aus und das macht auch meine Leidenschaft am Ende nicht aus. Sondern das sind ganz andere Dinge, die mich erfüllen. Ja, vor allem, ich finde, man spricht ja, das hatte ich auch schon in einer Podcast-Folge gesagt, man spricht ja eigentlich oftmals bei Aktien über Renditen, aber ich finde gerade auch bei so Erfahrungen, Erlebnissen, dass sie auch eine innere Rendite eigentlich haben. Am Anfang war das bei mir immer so, krasser Auftritt, 60.000 Leuten, Haken dran, jetzt muss es noch krasser sein, das nächste, nächste. Und man schätzt dann gar nicht den Moment. Und jetzt heute gucke ich da ganz anders drauf und denke so zurück, hey, krass, dass ich es erleben durfte. Und das macht dann eigentlich viel mehr mit einem. Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ich bin um jede Erfahrung dankbar. Ich bin auch um die Erfahrungen der letzten vier Jahre am dankbarsten, definitiv. Ich durfte so viel erleben und so einen krassen Werdegang auch durchlaufen. Und am Ende kann mir das keiner nehmen. Also den Porsche kann mir einer nehmen, aber meine Erfahrungen, die bleiben für mich immer da. Und die sind so wertvoll, dass ich auf diesen Erfahrungen immer wieder neu bauen kann. und ganz anders in, sei es ein neues Business oder eine neue Freundschaft oder was auch immer da sein soll, ich kann ganz anders in solche Dinge rein starten. Und das macht es am Ende auch aus. Und das macht das Leben auch irgendwo lebenswert. Ja, ich habe da irgendwie auch so ein bisschen länger für gebraucht, um das so zu realisieren, weil bei mir war immer so dieses Ziel erreichen und dann, was kommt dann? Aber mittlerweile zum Beispiel am Sonntag, da habe ich so ein Ritual, ich schreibe mir immer das Highlight der Woche auf den Settel, also die Erinnerung, was ich am coolsten fand. Und dann lesen wir das immer wieder durch. Und gerade dann wird man so konfrontiert, wo man realisiert so, Alter, was da alles abging, wo man in dem Moment einfach durch diesen Stress, diesen Alltag gar nicht so realisiert. Ja, safe auf jeden Fall. Ja, das ist wahrscheinlich so ein normales Unternehmerproblem. Man steckt zu sehr in diesen Dingen und das passiert einfach so viel, dass man das gar nicht reflektiert, dass man immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Aber ab und zu macht es safe Sinn, anzuhalten, kurz eine Rast zu machen, zurückzugucken und zu denken, okay, was habe ich eigentlich schon erreicht und bin ich eigentlich auf dem richtigen Track? Und das sind auch genau diese Lernphasen, die ich dann immer durchlaufen habe, wo ich einfach sehr, sehr viel reflektiert habe. Am Ende, ja, ist es einfach so geil, wenn du zurückblicken kannst und sagen kannst, ich habe diese Erfahrung gemacht und die kann mir kein Mensch mehr nehmen. Ja, das ist halt echt das Einzige, was dann nicht genommen werden kann. Ja, ist so. Ich habe mir auch so in letzter Zeit, ich habe auch ab und zu mal so Phasen, wo ich denke, so ist das das Richtige, was ich mache, erfüllt mich das noch, das kennt jeder. Aber da wurde mir auch mal so klar, also Arbeit ist komplett erfüllend, das muss Leidenschaft sein, das ist ein großer Teil von meinem Leben, aber dass es auch noch nebendran Freunde, Familie und so weiter gibt. Und da ist ja bei dir auch so eine Änderung passiert in letzter Zeit oder jetzt schon ein bisschen länger her, aber du bist ja Papa. Wie hat sich das bei dir verändert? Siehst du deine Arbeit jetzt anders oder merkst du, dass andere Sachen wichtiger sind oder bist du komplett in diesem Thrive wie vor ein paar Jahren noch? Ja, es ist auf jeden Fall eine Veränderung passiert. Das Krasse ist ja auch, dass meine Frau schwanger geworden ist, als wir, kurz nachdem wir unsere ersten Angestellten hatten und seitdem hat sich in der Firma ja ultra viel entwickelt und auch privat hat sich gleichzeitig sehr, sehr viel entwickelt. Und wenn so ein neues Leben auf die Welt kommt, dann macht es bei dir im Kopf richtig Klick. Das ist wirklich krass. Also es ist von einem auf den anderen Tag etwas völlig anders. Gut ist auf jeden Fall, dass man sich über neun Monate vorbereiten kann und gut ist, dass auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass man in neun Monaten auf jeden Fall so eine Vorbereitungsphase hat. Dann kommt das Kind und dann hast du auch so eine Entwicklung, weil am Anfang kann das Kind halt noch nicht so viel und je älter es wird, desto mehr Aufmerksamkeit braucht es. Aber auch da, es war für mich nicht einfach zu handeln, zwischen der Papa-Rolle zu springen und zwischen der Unternehmer-Rolle, weil vorher war ich so eingestellt, Scheiß auf alles, kann mir keiner was sagen, wenn ich Bock habe, nach Bali zu fliegen, dann fliege ich nach Bali. Wenn ich Bock habe, nach Japan zu fliegen, dann buche ich mir heute noch einen Flug, gehe zum Flughafen und bin dann, keine Ahnung, zwei Wochen in Japan. So war ich immer eingestellt, habe mir da wirklich von niemandem was sagen lassen. Deswegen auch, ja, Respekt an meine Frau, dass sie das so mitgemacht hat schon die ganze Zeit, weil ich habe wirklich mit sehr wenig Absprachen gehabt. Und ja, seitdem aber Mila da ist, ist es komplett anders. Also ich nehme deutlich mehr Rücksicht auf meine Familie, ich versuche Familienzeiten zu planen. Ich habe auch viele Hobbys gehabt, so Skaten, Sport, Tricking und so weiter. Das habe ich komplett wirklich aufs Minimum reduziert, beziehungsweise mache ich es teilweise gar nicht mehr. Ich habe ja auch nebenbei immer als Creator noch gearbeitet oder war noch Creator auf YouTube und TikTok. Und das habe ich komplett an den Nagel gehangen, weil meine Freizeit, die ich neben der Arbeit hatte, habe ich quasi für dieses Creator-Dasein oder für Sport genutzt. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht Agentur betreiben, ich kann nicht gleichzeitig noch Sportarten betreiben und ich kann nicht gleichzeitig noch guter Papa sein, weil mir ist wichtig, dass ich ein guter Papa bin und auch mal für meine Frau da sein kann. Und deswegen musste ich halt irgendwo Kompromisse eingehen. Und ich glaube, jeder, der so ein Kind zu Hause hat oder frisch Papa geworden ist, versteht auch, was ich meine. Aber ja, du musst am Ende Prioritäten setzen. Für mich war Priorität ganz klar, die Firma groß machen. Und für mich war Priorität ganz klar, Mila Zeit schenken oder meiner Familie Zeit schenken und auch sie zu entwickeln. Weil am Ende ist es halt auch the part of the game, dass ich dafür sorge, dass sie, keine Ahnung, dass ich mit ihr Bücher lese oder mal Spiele spiele, damit sie einfach eine gute Entwicklung hat. Und ich glaube, ich habe das ganz gut gehandelt, aber dafür musste ich halt meine YouTuber-Karriere an den Nagel hängen und dafür musste ich auch ganz, ganz viel auf Sport verzichten. Was mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Ja, ich glaube, das ist immer dieses Prioritäten setzen, das ist so ein Prozess, wo man durchlaufen muss. Bei meiner Umstellung ist, das ist ja was ganz anderes. Aber mit dem Thema Entwicklung und so Sport, wo wir ja in Berlin waren, habe ich ja auch mal eine Tochter kennenlernen dürfen und da habe ich schon gesehen, dass sie so ein bisschen nach dem Papa kommt, was das Sport natürlich angeht, oder? Auf jeden Fall. Also die macht jetzt schon Saltos, also ich drehe sie immer so auf den Kopf. Ich habe mir jetzt beigebracht, Breakdance zu machen. Die setzt sich so auf den Hintern und dreht sich. Ja, ich tue auf jeden Fall sehr viel dafür, dass sie den gleichen Antrieb hat wie ich. Also das war schon krass zu sehen. Also mega unterhaltsam. Man sieht halt, dass es halt, als Vorbild bist du ja dann eigentlich auch am Start. Ja. Aber bei Familie muss man ja eigentlich sagen, dass auch Crew 10 eigentlich für die Familie ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da mittlerweile eigentlich? Ja, wir sind so immer um die 30. Wir haben ab und zu studentische Praktikanten, die dann kommen und gehen oder teilweise auch weiter studieren und so weiter. Aber ja, um die 30 sind wie immer und ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe, genau, das war auch noch so ein Ding, ich musste halt auch den Kompromiss gehen, dass ich halt gar keine Freunde mehr treffen konnte. Also ich habe vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren, sei es vielleicht fünf, sechs Mal, wirklich Freunde getroffen, mit denen ich keine Business Connection habe. Also das muss man sich auch einmal reinziehen. Das ist schon echt sehr, sehr verrückt. Aber ja, meine Familie ist auch Crew 10, definitiv, kann ich auch sagen. Und meine Familie sind auch so enge Leute wie du zum Beispiel, die ich dann auch sehr nah habe. Teilweise haben wir auch zwei Monate keinen Austausch, aber dann rede ich wieder mit dir und das fühlt sich so an, als hätten wir gestern noch gequatscht. Und das finde ich halt richtig geil. Da merke ich, wie deep die Connection ist. Und ja, deswegen hat das auch irgendwo einen Teil meines Freundeskreises ersetzt, dass ich jetzt auch am Ende diese Firma habe. Echt? Ich muss auch daran denken, wenn ich so mit 16 gedacht habe, da war immer die Anzahl der Freunde entscheidend. Jetzt ist es eher so die Qualität der Freundschaft. Ja, voll, absolut. Safe, safe. Wenn ich dir jetzt irgendwie schreibe in WhatsApp oder man trifft sich, dann ist es nicht so, dass man kurz überlegt, so, was sage ich jetzt zu dir, sondern deshalb hat man sich jetzt letzten Tag drei, vier Mal schon getroffen. Und gerade das macht es eigentlich aus. Aber bei euren Mitarbeitern, ihr habt ja so viele Mitarbeiter, dass ihr auch schon das eine oder andere, sage ich mal, Verrückte gemacht habt. Und natürlich wollte ich auch mal auf diese Porsche-Wette zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du es mal kurz abholen, was da bei euch durch den Kopf ging. Ja, also wir haben irgendwann mal zu einem Mitarbeiter gesagt, so ja, wenn du uns auf Instagram 100.000 Follower machst oder auf TikTok eine Million Follower, was eigentlich noch leichter ist, dann darfst du dir ein Auto holen und sein Lieblingsauto ist der RS3. Und da haben wir gesagt, okay, wenn du möchtest, kannst du das machen. Du kannst einen RS3 dir erarbeiten. Der wird dann auf die Firma finanziert. Und dann hat er gesagt, boah, nee, es geht mir nicht ums Geld. Ich möchte das nicht machen. Und dann haben wir gesagt, okay, gar kein Problem. Ist zwar irgendwie komisch, weil du hast nichts zu verlieren. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es einfach nichts. Und wenn du es schaffst, dann hast du einen RS3. Und er hat es trotzdem abgelehnt. Und später kam ein weiterer Mitarbeiter und hat gesagt, ey Jungs, ihr habt da dem Yannick ja so eine Porsche-Wette vorgeschlagen. Ich würde das Gleiche machen. Und dann kam ein weiterer Mitarbeiter und hat gesagt, ihr habt ja vorgeschlagen, dass Yannick ein RS3 fahren könnte, wenn er diese Ziele erreicht. Lass uns das doch machen. Und wir machen das aber mit einem Porsche. Ich habe Bock auf einen Porsche. Also ich würde alles dafür tun, um irgendwann einen Porsche zu fahren. Und da haben wir halt gesagt, okay, also wenn du uns 100.000 auf Instagram erarbeitest, mit einer Community, die aktiv ist und ja auch irgendwie eine Engagement-Rate zeigt und nicht einfach irgendwelche gekauften Follower sind, dann holen wir dir einen Porsche. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Wette laufen. Wir haben sogar so einen Vertrag ausgearbeitet, alles offiziell, beide unterschrieben. Und er hat jetzt die Möglichkeit, in den nächsten, ich glaube mittlerweile sind es nur noch elf oder zehn Monate, irgendwie so, 100.000 Follower auf Instagram zu erarbeiten. Und wenn er das schafft, dann kann er einfach Porsche fahren. Dann gehen wir mit ihm in ein Porsche-Zentrum und holen wir einen Porsche. Das ist mal Mitarbeiter-Motivation auf einem anderen Level, Alter. Ja, motiviert am Ende nicht jeden Mitarbeiter, aber er hat gesagt, der hat da Bock drauf und das erfüllt ihn. Und am Ende ist uns wichtig, dass jeder, der hier arbeitet, irgendwie eine Erfüllung durchfährt. Weil wenn du nicht auf eine Erfüllung hinaus arbeitest, bist du halt gar nicht so krass motiviert. Und das motiviert ihn unnormal und deswegen, warum nicht, geben wir ihm die Chance. So, am Ende können wir alle nur gewinnen. Vor allem, wenn man jetzt keinen klares Ziel vor Augen hat, Alter. Das ist schon, wenn du dir überlegst, einen Porsche von der Firma zu bekommen, davon träumen, glaube ich, viele. Wahrscheinlich, ja. Wie macht er es aktuell oder wie ist so der Stand der Dinge? Ja, er hat so eine kleine Demotivationsphase, glaube ich. Aber man muss auch sagen, er war jetzt Aushilfe bei uns und wird zum 1.4. eingestellt. Also in ein paar Tagen ist er dann komplett bei uns eingestellt. Und ich glaube, er nutzt auch gerade diese Phase um so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm so, um sich bereit zu machen. Ich glaube, wenn er bei uns ist, dann gibt er nochmal richtig Vollgas. Dann hat er auch noch mehr Zeit dafür. Aber er hat da richtig Bock drauf, weil er hat gesagt, er müsste unbedingt in seinem Leben irgendwann Porsche fahren. Deswegen, die Motivation ist sehr, sehr hoch. Ja, vor allem, es ist ja so greifbar. Also das ist ja das Krasse, es ist ja nicht mehr abstrakt, dass man sich denkt, ja, wie komme ich an den Porsche? Und er hat dann genau den Weg vor sich. Ja, genau. Thema Consistency soll er sich dann noch ein bisschen Gedanken machen. Definitiv. Vielleicht kann er ein paar Tipps von dir abholen. Nice. Vor allem beim Thema Auto, das ist ja nicht das einzige Verrückte eigentlich bei euch in dem Thema. Thema Marketing ist bei euch ja auch so Kerninhalt der Agentur. Und habt ihr auch so eine ziemlich verrückte Idee gehabt mit einem Lambo. Das glaube ich auch nicht für jeden Alltag. Ja, wir haben eine G-Klasse in Rot. Die haben wir irgendwann mal geholt für die Firma, weil wir dachten, irgendwie brauchen wir ein cooles Marketingfahrzeug in unserer Firma, was uns repräsentiert. Eine G-Klasse ist cool. Und dann gab es auch eine noch bei mobile.de, die Rot war. Und da dachten wir so, Alter, das passt ja richtig gut. Wenn wir da noch ein paar Beklebungen drauf machen, ist es voll auffällig. Haben wir auch gemacht und hat auch wirklich einen super Job gemacht. Also viele kennen uns tatsächlich wegen dieser roten G-Klasse. Ja, ich kann sich noch an Paris erinnern, als wir da durch Paris gefahren sind zusammen. Da durfte ich ja hinten drin sitzen mit getönten Scheiben und es war super, als es sehen, an jeder Ecke so, Handy raus. Was geht hier ab? Ist es ein Rapper? Was ist Crew 10? Also es hat krass funktioniert. Ja, wirklich. Das war krass. Also wir sind durchgefahren. Es hat sich so angefühlt, als wären wir so Rapper. So voll die Berühmtheiten, weil sogar in Paris haben alle Leute dieses Auto angestarrt. voll krank. Ja, obwohl das nicht mal die neueste G-Klasse war. So muss man auch dazu sagen. Es war ein älteres Modell und noch ein Diesel, also eigentlich nichts Besonderes. So, ja gut. Aber auf jeden Fall hatten wir dann ja diese G-Klasse dann, ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahre und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir irgendwie einen draufsetzen. Und Rob und ich wollten, also mein persönliches Ziel vor allem, so seitdem ich Need for Speed 2 schon gespielt habe, ich habe immer Lambo genommen. Lambo war immer mein Auto und ich habe mir irgendwann gedacht, so, boah, ein Traum wäre es wirklich mal irgendwann ein Lamborghini zu fahren. Dann haben wir mit Rob überlegt und überlegt und dachte so, boah, sollen wir nicht einfach auf die Firma ein Lambo holen und das als Marketingfahrzeug holen? Wir sind safe in Deutschland dann die einzige Agentur, die einfach ein Lambo hat. Und dann haben wir es einfach gemacht. Wir haben einfach beschlossen, haben dann mit unserem Controller, mit Leonid besprochen, wie sind die Zahlen, passt das so, wenn wir den Lambo jetzt holen? Dann hat er gesagt, ja komm, lass uns den Lambo holen. Und dann haben wir einfach zu dritt beschlossen, diesen Lambo zu holen, sind zu Lamborghini Hamburg gefahren und haben dann einfach auch noch nicht den normalen Lamborghini Huracan, sondern den Lamborghini Huracan STO geholt, also so das krasseste Modell da, weil, ja, es musste halt, wenn, dann richtig, so voll auf die Fresse, haben den Lambo auch voll beklebt und am Ende, auch das hat uns wieder so viele neue Türen geöffnet, die Leute, die fragen sich so, boah, krank, wie Lambo, hä, ist es wirklich euer? Also auch mit Deichmann zum Beispiel, da sind wir mit dem Social Media Manager connected und der hat's auch voll abgefeiert, dass wir diesen Lambo haben und das ist immer wieder Gesprächsstoff und, ja, einerseits haben wir uns damit einen Trauben erfüllt mit Rob und andererseits macht das unfassbar Marketing, wir haben ja auch für Absolut Teamsport zusammen mit dir ja das Video produziert, wo auch Absolut Teamsport gesagt hat, ey, ihr habt ein Lambo, lass damit doch ein geiles Video drehen, das passt auch voll gut zu unserer Marke ja und so nutzen wir das am Ende für Events, für Videodrehs, aber auch für dann Fahrten mit besonderen Leuten, wenn zum Beispiel irgendwelche Geschäftsführer kommen, zum Beispiel Thoran von Jungfern, Matt Nörz war da, hat gesagt, boah, der Lambo richtig geil, lass uns den mal angucken, also, ja, man trifft damit wirklich auf viel Begeisterung von anderen Leuten. Ja, ich hatte ja auch schon die Ehre, den mal kurz zu fahren, als wir da auf dem Flugplatz gedreht haben. Ja, stimmt. Ich hab den ja nur, ich glaube, wir waren zusammen in Rotterdam, war das glaube ich, wo du mir das Video gezeigt hast, als ich den abgeholt hab. Ja, das ist ja das eine, den auf einem Display zu sehen und dann in echt, also, das ist ja nochmal deutlich aggressiver, parialer. Ja, ist krank. Vor allem das Video, das war ja so richtig Faust aufs Auge, wir haben direkt die Idee, CR7 gegen Bugatti, CR7 Schuh kommt raus, lass das doch nachstellen. Und dann haben wir einen Flugplatz gemietet und dieses Rennen nachgestellt eigentlich. Mega geiles Video, also, das ist eins der Videos, wo ich wirklich sehr, sehr stolz drauf bin, weil es einfach so geil geworden ist. Ich feier das auch nochmal. Also, für mich ein richtig, großes Aushängeschild. Ja, das war ja auch so alles so, das Wetter war nicht gut, aber gerade dadurch wurde es noch so dieses, dieses Epische, dieses leichte Regen, diese dunkle Wolken und dann dieser brachiale Huracan, wo das Ding runterwallert. Aber, bevor ich da mal drin saß, es war schon echt cool, also, kann man, kann man echt nicht beschreiben, wie dieses Feeling, dieses Rustikale eigentlich, muss man sagen. Ja, das ist wirklich brachial, das Ding, ist wirklich so, ja. Aber kannst du da so teilen, was so, wenn man sich jetzt mal einen Lambo holen möchte? Sag mir mal, ich wollte jetzt auch einen Lambo, was muss man da monatlich rechnen? Also, ungefähr 5000 Euro musst du auf jeden Fall im Monat haben, damit du so einen Lambo fahren kannst. Darunter kriegst du vielleicht auch noch was, aber dann ist es halt kein Topmodell wie der STO. so ein STO liegt jetzt gerade bei so 360.000 Euro ungefähr. Ist ein bisschen Überliste, wenn du den Überliste geholt hast, damals war es ein bisschen günstiger, aber die Dinger sind einfach ultra wertestabil. Aber ja, so um die 5000 Euro im Monat muss man für so ein Lamborghini schon ausgeben, damit er halt wirklich richtig krass ist. Ja, da sind wir wieder bei Risiko und Rendite, ja. Also, ohne Risiko gibt es auch keine Rendite und ich glaube, das ist wie du schon gesagt, das öffnet auch wieder Türen dieses Extreme und es sieht halt auch einfach geil aus, das haben wir auch nicht vergessen. Ja, also ich liebe ästhetische Dinge, Rob liebt auch ästhetische Dinge, so wir machen auch ja ästhetische Arbeit am Ende, deswegen liegt es eigentlich gar nicht so fern ab und ja, das Ding ist für mich einfach wirklich so das perfekte Auto so vom Design. Es ist, ich liebe es, wirklich, ich liebe es, sieht geil aus. Also, man müsste sich auf jeden Fall mal das Video angucken, wo wir diesen Lamborghini hatten, das war schon ganz anders, Farial, aber dadurch, dass wir schon ein bisschen quatschen und dir könnte ich auch noch mal doppelt so lang quatschen, haben wir aber noch in diesem Podcast ein kleines Format, das nennt sich die simplen drei und etwas anderen zwei. Da haben wir auch ein paar Fragen logischerweise für dich hier am Start. Okay. Wir starten einfach mal ganz einfach rein mit den simplen drei. Zum einen die etwas einfache Frage, aber was treibt dich als Person eigentlich an? Boah, das ist aber jetzt eine diepe Frage und jetzt soll ich spontan darauf antworten, oder was? Und zur Info, das ist eine simple. Ach so, okay, ja. Was treibt mich an? Ja, am Ende, also ich bin schon erfolgsbegeistert, so, ich liebe es, wenn ich durch meine eigenen Fähigkeiten etwas erreiche und das auch irgendwie so eine Sinnhaftigkeit hat, das treibt mich wirklich an. ähm, ich liebe ästhetische Dinge, das treibt mich auch am Ende an, so, ich mag mich zu kleiden und ich mag coole Schuhe, so, das braucht natürlich auch irgendwie dann Geld, deswegen ist irgendwo das, das finanzielle, definitiv auch irgendwo ein Antrieb, aber am Ende möchte ich auch sehr viele Erfahrungen für meine Familie schaffen und das treibt mich auch an. Also, ich bin gerne für meine Eltern da, ich bin gerne für meine Familie da, ich möchte auch Mila vieles ermöglichen, dass sie im Leben viele Erfahrungen sammeln kann, ähm, die vielleicht andere nicht erfahren dürfen und da gebe ich einfach alles und das ist so mein innerster Antrieb. Ja, da passt eigentlich auch Frage 2 ganz gut dazu, das wird, aktuell ist es so ein bisschen Trend, äh, in der Fußballszene bei Interviews, aber ich frage dich einfach mal, vielleicht ist es auch der Lambo, äh, was war das Teuerste, was du dir jemals gekauft hast? Ja, es war definitiv der Lamborghini so, ne? Ja, bei dem Wert. Ja, das ist wirklich krass, ne? Also, der ist wirklich krass teuer, ähm, aber das war der größte Kauf ever. Aber wenn wir schon bei so einer Investition sind, gibt es eine Investition für dich, die für, also generell auch für dich persönlich oder für die Firma die größte Rendite gebracht hat? Eine Investition, die große Rendite gebracht hat, ja, ähm, das ist halt die Frage, so wie man Rendite am Ende definiert, ähm, ist es dann das Finanzielle oder ist es dann die Erfahrung, aber zum Beispiel gute Rendite, wir haben jetzt viele, viel auf gutes Equipment gesetzt und das hat am Ende definitiv uns Rendite gebracht. Wir haben sehr viel Geld in Technik investiert. Wir haben in Reds, wir haben in verschiedenste Sonys, wir haben in krasseste Displays, wir haben in die krassesten MacBooks investiert, also jeder von uns ist wirklich top ausgestattet und, äh, das hat am Ende, glaube ich, die meiste Rendite gebracht. Ja, ich glaube halt immer, das ist das Thema, wenn man was riskiert oder den nächsten Schritt gehen möchte, sind halt immer so Investitionen, genau das, was im Rückblick dann einen weiterbringt. Ja. Ähm, du hast auch vorhin mal kurz drüber gesprochen, ähm, Thema Bücher, also ich lese es sehr, sehr gerne und bei so erfolgreichen Personen interessiert mich immer auch so das Thema, was ist so ein Buch, was du zum Beispiel empfehlen würdest. Äh, Happy Sexy Millionaire. Schon gelesen auf deine Empfehlung und das ist so 10 von 10, Alter. Ja, ist wirklich krass, also hat mich echt motiviert und der, äh, Steve Bartlett, der hat auch echt einiges, äh, durchlebt, wo ich quasi auch so in Early Stages bin und der hat auch eine Social Media Agentur aufgebaut, riesengroß und hat für, ich glaube, 70 Millionen oder so das Ding verhökert, oder? Oder 70? Ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ganz, ganz viel Geld und, ähm, ja, da hab ich halt gemerkt, okay, wir sind irgendwo auf einem ähnlichen Weg, weil das ist auch unsere Branche und da konnte ich sehr, sehr viele Learnings sowohl für mich persönlich als auch fürs Unternehmen, äh, übernehmen. Ja, ich muss sagen, das Buch hat mir auch in, in dem Sinne die Augen geöffnet, zum Beispiel, Sibbner Playbutton, war für mich immer so ein Ziel und ich dachte, wenn ich den hab, dann ist alles anders, dann bin ich umso glücklicher und dann hab ich den Erfolg, aber das sind ja gar nicht diese, diese Schritte an sich, sondern es muss ja der Weg sein, weil es ändert sich nichts dadurch, dass man es erreicht hat, vielleicht kurzfristig. Ja, 100 Pro, ja. Aber das ist ja nicht das, was dich dann weiterhin antreibt und das hab ich durch das Buch auch nochmal so ein bisschen mehr erkennen können, ehrlicherweise. Ja, voll, so ein Playbutton, okay, der hängt da, ist ja auch mega geil, ist ja auch irgendwo ein Symbol für die Arbeit, die du hast, aber, ja, jetzt hat man den und, äh, das war's, das Leben ja geht ja trotzdem weiter, ne, du brauchst ja das nächste Ziel. Ja, safe. Und er hat auch noch ein neues Buch geschrieben, die 33 Laws of a CEO, das wäre, glaube ich, auch was für dich, also da geht's nochmal ganz, ganz, ganz cool um die Themen, bisschen mehr, noch tiefer in die Thematik rein. Okay, gut zu wissen. Sehr, sehr spannender Typ, aber das Buch, das ist eine sehr, sehr gute Empfehlung, da merkt man, dass der die mal Ahnung hat, Alter. Dann kommen wir mal zu den etwas anderen zwei, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf deine Antwort und erst mal auch noch so ein bisschen deep, weil du bist ein Unternehmer, da können viele von lernen. Ja. Wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, welchen Rat würdest du dem, sagen wir mal, 18-jährigen Dima geben? Boah, ich war sehr zurückhaltend in meiner Jugend, wahrscheinlich, weil ich so oft halt in neue Situationen reingeworfen wurde und erst mal die Lage checken musste, bevor ich etwas mache, um mich zu adaptieren und zu, ja, erst mal anzukommen, und weil ich ja auch noch kein Deutsch früher konnte, war ich auch, ja, sehr zurückhaltend, weil ich wollte auch mit den Leuten reden, konnte es aber nicht, deswegen musste ich lange einfach still sein, so, ne, das kam einfach das eine zum anderen, ich konnte ja nicht auf einer anderen Sprache mit denen reden und ich habe gelernt, dadurch so still zu sein und irgendwie zurückhaltend zu sein und das hat mich auch irgendwie schüchternd gemacht am Ende und ich war sehr selbst unsicher, heißt das so? Generell, einfach unsicher an mir selbst, ne, und ich würde mir selbst empfehlen, vertrau deinen eigenen Fähigkeiten, sag auch öfter, was du denkst, sag auch öfter, was du erreichen möchtest und dann wird vieles viel einfacher, das habe ich durch Rob gelernt, Rob so, der haut direkt alles raus, ne, was er so gerade im Kopf hat, so komplett das Gegenteil eigentlich von dem, was ich gerade gesagt habe, deswegen ergänzt er mich auch so gut, aber ich war lange Zeit einfach sehr unsicher in mir selbst und wenn ich das früher schon abgelegt hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich noch mal ganz woanders. Ja, ich glaube, das ist so ein Rat, den kann ich auch, kann ich auch gut relaten, weil ich auch immer sehr unsicher war, was sowas angeht, aber genau jetzt im Nachhinein denkt man so, wie viele Situationen es gab, um eigentlich genau da den nächsten Schritt zu machen, aber man hat es sich nicht getraut und vor allem im Nachhinein sind es genau die Situationen, die man mehr bereut, als die Situationen, die man dann eigentlich gemacht hat, finde ich. hundertprozentig. Ich hatte trotzdem immer einen Antrieb, habe trotzdem immer viel gemacht, stillschweigend so, ne, ohne dass es jemand großartig sieht, ohne dass ich das jemand erzählt habe, habe einfach so mein Ding durchgezogen, aber ich glaube, ich wäre noch viel eher mit Leuten in Kontakt gekommen, die gleiches Mindset haben, die genauso denken und die ähnliche Vision haben, wenn ich einfach sowas vorher ausgesprochen hätte und einfach viel selbstsicherer gewesen wäre. Aber vielleicht hätte ich auch nicht so viel gelernt, wer weiß, man kann nur spekulieren, aber trotzdem würde ich mir diesen Rat am Ende geben. Ja, vor allem wenn man noch an der Situation ist und so ein Rat jetzt mal gehört hat, hilft es ja vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Jetzt zur letzten Frage, da bin ich mal gespannt, ich kann da jetzt überhaupt nicht mitreden, weil in meiner Jugend, ich habe Pokémon schon geguckt, aber ich war eher Team Yu-Gi-Oh, muss ich ehrlich gesagt. Aber im Podcast-Team wurde aufgeschrieben, wenn du zwei Pokémons fangen könntest, welche wären es und warum? Okay, also erst mal Yu-Gi-Oh, ich habe auch große Yu-Gi-Oh-Turniere gespielt, also so fernab von Yu-Gi-Oh bin ich nicht. Das war so legal, ich könnte da so drüber reden, wie ich die gesammelt habe. Exodia, sage ich nur mal Exodia. Ja, same. Aber es gab bessere Karten. Na gut. Auf jeden Fall, welche zwei Pokémon würde ich fangen? Also einerseits auf jeden Fall Shiggy. Shiggy hat mich sehr, sehr krass geprägt. Warum? Jeder, der die Pokémon-Serie geguckt hat, kennt diesen Shiggy mit der Sonnenbrille. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen. Und Shiggy ist auf der Straße aufgewachsen, er hatte eine Gang, er hatte immer viele Leute um sich rum und die haben gemeinsam geilen Scheiß gemacht. Die waren einfach eine Crew. Und so liest man ja hier hinter mir, Crew, da stehe ich voll für. Ich bin auch viel auf der Straße gewesen, ich habe geskatet, ich habe Urban-Sportarten gemacht, ich war auch immer mit, ich sage mal, normalen Leuten connected. Wir haben immer abgehangen, haben auf dem Spielplatz abgehangen und auf dem Skatepark abgehangen. Ich bin eigentlich so voll der Junge von der Straße, kann man so sagen. Und deswegen habe ich halt auch so Shiggy für mich ja sehr krass ins Herz geschlossen, weil er kam auch von der Straße und irgendwann hat er sich Ash angeschlossen und hat dadurch auch sehr viel erreicht, sage ich mal, weil er im Team von Ash war und die haben gemeinsam viele Orden geholt und einen krassen Weg gemacht und deswegen relate ich so krass zu diesem Shiggy mit der Sonnenbrille und außerdem sah dadurch die Sonnenbrille auch noch cool aus. Ich liebe es auch cool auszusehen. Optisch sieht er auch stark aus. Ja, genau. Und ein weiteres Pokémon, wenn ich eins fangen könnte, ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil so das ist so ein Pokémon, wo ich richtig zu relate. Und wahrscheinlich, wenn ich weiterdenken würde, wäre es ... Nee, nee, nicht Pomelo. Ich glaube, Pikachu. Ich glaube tatsächlich Pikachu, weil der war so der beste Freund von Ash. Die waren sehr, sehr eng und krass verbunden und Pikachu war ja auch immer anders, weil es nie in den Pokéball wollte. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr oft gegen den Strom geschwommen und wollte immer anders sein als alle anderen. Keine Ahnung warum, aber ist so in mir einfach. Und ja, deswegen kann ich auch zu Pikachu da sehr relaten. Ja, Bishiki kann ich komplett nachvollziehen. War auch mein Lieblings-Pokémon, Alter. Krass, okay, witzig. Auch vom Style. Ich weiß nicht, da würde ich den auch optisch sehen. Der hat mir meist irgendwie angesprochen von den coolsten. Ja, safe. Aber genau, kann ich cool nachvollziehen. Vor allem auch sehr, sehr spannender Austausch mit dir. Danke. Wir würden gerne natürlich noch länger quatschen, aber man muss ehrlich sagen, Podcast-Folgen, die über die Stunde 20 gehen, dann wird es schon ein bisschen auch für die Zuhörer anstrengender. Ja, das ist crazy, dass wir überhaupt so lange gesprochen haben. Wir haben ja auch einen Podcast, bei uns geht es immer nur 30 Minuten. Quick and dirty. Eigentlich macht es auch Sinn, aber ich habe hier noch eine Seite Fragen übrig. Ah, krass. Das heißt, wir könnten auch mal noch eine Folge 2 machen, vielleicht über ein ganz anderes Thema, weil es ist mega interessant, von jemandem auch einen Rat zu bekommen, der diesen Unternehmerweg eigentlich schon länger gegangen ist. Ja, sehr gerne. Du hast ja auch gemeint, Lernen von Personen, die es umgesetzt haben, fällt einem immer einfacher. Ja. Und da muss ich auch oft sagen, wenn ich zum Beispiel ein Problem habe und mich da so reinsteige, da hilft es ja immer zu denken, was würde jetzt XY dazu sagen. Mhm. Dann denke ich mir oft so, wenn ich das jetzt dir sagen würde, wie ich das Problem nicht habe, dann würdest du sagen, ja Digga, dann mach das doch so, das funktioniert doch. Und dann merke ich so, okay, das Problem ist gar nicht so groß. Ja, safe. Ey, das hilft mega weiter. Aber darfst mich gerne immer anrufen, ich gebe dir auch so meine Meinung. Ja, safe, ey. Also muss schon sagen, ich habe schon einiges erlebt. Bitter war auch wieder Zeit, dass wir Schuhdesign-technisch zusammenkommen. 100 Pro. Das wird es dann natürlich alles auf Social Media geben. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Dima, für die Zeit. Ey, danke für die Einladung. Für mich ein sehr cooler Austausch gewesen. Ja, mega. Also so einen Deep Talk hatte ich schon lange nicht mehr. Und ja, das ist absolut die längste Podcast-Folge, die ich je so mitgemacht habe. Deswegen weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass du auch so viele Fragen mitgebracht hast und wir so intensiv uns austauschen konnten. Also macht immer wieder Bock mit dir. Das heißt, Leute, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, jede Woche Dienstag hier auf Spotify bei Drangeblieben, vielleicht auch nochmal mit Dima. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche. Drangeblieben. Ja, so, warte, ich stopp eben alles, damit alles Tate ist. es geht aus,